Bruder, das ist was anderes, aber ich würde doch nicht, weißt du, jemand anderem nachmachen. Wieso jemand anderem? Guck mal, es gibt doch Ferro, Meru, Ero, Heru, es gibt alles. Ja, aber die sehen alle anders aus, die sehen nicht alle gleich. Wieso? Ich würde was sagen, warum machst du Ali Bumayenach? Bruder, ich heiße Emre. Aber du machst wie er? Ich heiße nicht irgendwas, guck mal, Ali heißt Ali, verstehst du? Aber ich heiße nicht Aylia, verstehst du Ali, Aylia. Aber wie willst du mich verarschen? Du hast deinen Namen genau wie Barello gemacht. Aber was habe ich meinen Namen wie Barello gemacht? Für fliegt. Willst du mich gerade verarschen, Walter? Nein, aber so ist das. Woll ich dir was sagen? Ja. Hörst du mich? Ich hörte ja. Soll ich dir was sagen? Du weißt genau, dass du kräftig bist, das weißt du? Weißt du nicht? Du bist kräftig, so. Du weißt das? Ich weiß nicht, warum. So, und wenn ein anderer dick auch so ist, was dann? Darf der nicht? Doch, natürlich. Aber ich würde doch nicht, weißt du, was einer so ist. Ich würde doch nicht, weißt du, das machen, wie der andere ist. Du musst so bleiben, wie du bist. Verstehst du? Ein Löwe ist ein Löwe. Verstehst du? Du kannst nicht als ein Chakal ein Löwe sein. Verstehst du? Als ein Chakal. Wenn du ein Chakal bist, bleibst du ein Chakal. Wenn du ein Löwe bist, bleibst du ein Löwe. Verstehst du? Du kannst nicht beides spielen. Oder du kannst nicht so wie ein Löwe aussehen. Oder den Löwen nachmachen. Verstehst du das beide? Abi, willst du mir sagen, Barello ist ein Löwe? Ich rede nicht gerade. Er ist mein Eiri. Er ist kein Löwe. Barello? Wollte ich dir was sagen? Ich habe dir gerade ein Beispiel. Ein Beispiel gegeben. Verstehst du? Du kannst nicht beides spielen, weißt du, ein Ferrari und ein Twingo. Du fährst ein Twingo. Du kannst dem Ferrari, weißt du, nicht nachmachen. Abi. Du kannst nicht von diesem Twingo, weißt du, Twingo. Abi, warte mal. Warte, warte, warte. Warte. Du kannst von diesem Twingo Auto, du kannst nicht so wie ein Ferrari fahren. Abi, ich bin nicht. Aber du tust das gerade. Du tust das gerade. Soll ich dir was sagen? Kannst du mir zuhören auch? Ja, ich höre dir zu, erzähl. Guck mal, aber ich bin ja kein Produkt, verstehst du? Ich bin ein Mensch, ein Lebewesen. Verstehst du, Abi? Ja, deswegen ja. Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und ein Mensch macht einem anderen Menschen nicht nach. Erik, Erik, du bist ja kein Kind mehr. Du bist ein erwachsener Mann. Verstehst du? Soll ich dir was sagen? Ja. Guck doch mal. Wenn du, Beispiel, Beispiel, nur Beispiel. Wenn du einen guten Freund hast, so du gehst mit ihm essen, der geht gerne feiern, auf einmal der nimmt dich mit, du gehst mit ihm zusammen feiern. Also hast du ihm nachgemacht? Nein, du gehst ihm feiern und setzt mit ihm hin. Verstehst du? Wenn du genau wie ihn, wenn du genau wie ihn tanzt, genauso wie ihn redest, dann hast du ihm nachgemacht. Mach ich das? Ja, machst du. Habe ich so getanzt wie er? Erstens, du hast einen Namen wie er. Zweitens, du ziehst dich an wie er. Hast du lesen? Hast du lesen? Aber einen hast du nicht. Du hast, guck mal, ne? Du hast genau... Warte, warte. Du hast genau alles wie Barildo. Alles wie Barildo. Aber weißt du, was du eins nicht hast? Eins hast du nicht. Was habe ich nicht? Du hast eins nicht. Guck mal, du hast alles von Barildo. Du kannst reden wie er. Du bewirbst dich wie er. Du benimmst dich wie er. Aber eins hast du nicht. Eins hast du nicht. Was habe ich nicht? Du hast einen Mann, so wie Arafat habe, nicht neben dir. Du hast so einen Mann, wie Arafat habe, nicht neben dir. Das fehlt dir. Warum hast du Arafat an deiner Seite? Ich rede nicht von... Du kapierst das nicht. Ich habe Allah auf meiner Seite. Warum vergleichst du mich? Ich habe Familie, meine Familie auf meiner Seite. Aber ich gebe dir ein Beispiel. Du warst doch gerade Barildo nach. Du redest wie er. Du hast alles so in Barildo. Aber eins hast du nicht. Abi, Abi, hör mir doch mal zu. Hör mir doch mal zu. Hör mir doch mal zu. Weißt du, wen ich habe? Ja. Ich habe meine Familie und die ist nicht klein. Okay? Das ist jede Familie. Verstehst du? Jede Familie ist groß. Aber ich... Abi, ich glaube... Um das reden wir nicht. Wir reden ja nicht um das. Wieso? Ich rede gerade mit dir und denkst, dass du ihm so nachmacht. Und das reden wir gerade. Abi, ich rede nicht. Abi, weißt du was? Ich will mit dir nicht mehr matchen. Ja, dann nimm mich an. Das schickt mich nicht. Du bist... Sei mal ehrlich. Wala, du bist eifersüchtig. Noch was? Du bist eifersüchtig. Bruder, wenn ich eifersüchtig wäre... Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Nein, weil wenn ich dir das nicht sage, diese Wörter, dann sagen die andere Leute. Verstehst du? Weil bevor die anderen Leute dir so ankommen, sage ich dir das. Verstehst du? Tamam, Spaß zur Seite. Du hast eine Woche ihm nachgemacht. Aber langsam, weißt du, musst du... Langsam musst du sagen, Kalas, es reicht nur Spaß. Verstehst du? Du kannst nicht, weißt du, durch ihn Geld machen, Geld verdienen. Verstehst du? Durch andere Name. Ey, Abi... Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Wenn du... Hör mir doch zu. Weißt du, was du gerade machst? Weißt du, was du gerade machst? Hör mir doch zu. Hör mir doch einmal 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 zu. Warte, sonst ich vergiss das. Weißt du, was du gerade machst? Du brauchst... Du brauchst mich nicht zu sagen. Du brauchst... Wala, ich will mit dir. Dann geh raus. Wenn einer, ne? Wenn einer, ne? Wenn einer mich nachmachen würde und Geld verdienen würde, so... Sofort, ich wäre zu ihm hingefahren. Weil du nimmst gerade, ne? Du nimmst gerade den Hack. Hör zu, hör zu. Du nimmst gerade den Hack vom Barrel. Ich hör dir nicht mehr zu. Du nimmst den Hack gerade. Und jetzt sieht er geht. Sieht er geht. Sieht er geht. Er nennt gerade... Nein, nicht wie Nadir, Toni. Stell dir vor, Toni. Guck mal, stell dir vor. Toto. Genauso zu viele. Kannst du nicht. Doch, doch. Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht das gleiche Fleisch. Weißt du? Dahin stellen. Verstehst du? Und die Gäste klauen. Das geht nicht. Du kannst... Das ist falsch. Das, was du meinst... Guck mal, dann nimmst du den Hack weg. Dann nimmst du den Hack weg von anderen Leuten. Könnte ich dir was sagen? Das, was du meinst, ist Patent. Das, was du meinst, ist Patent. Aber wir stehen nicht unter Patent wegen TikTok. TikTok ist ein soziales Netzwerk. Das ist was ganz anderes. Guck, mein Bruder. Ich küss dein Herz. Ich küss deine Augen, ne? Zuschauer hin und her. Ich gönne dir. Das gefällt dir. Wenn Zuschauer da sind. Die Leute schmeißen die Geschenke. Es ist witzig, was du machst. Ich verstehe dich. Aber was ich hier gerade meine, das ist, weißt du, was ehrlich ist. Wenn einer, guck mal, vor die ganzen Leute, sage ich, wenn einer mich nachmachen würde, die ganze Zeit, und durch meinen Nacken, durch meinen Nacken, das ganze Hack nehmen würde, mein Hack nehmen würde. Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was sagen? Guck mal, warte. Ich schwöre dir auf Allah, auf meinen Tod. Guck mal, es ist Ramadan. Ich hätte sofort zu denjenigen gefahren. Ja, weil du keine Ahnung hast. Weil du keine Ahnung hast. Nein, das macht man nicht. Leute, wir sind... Wollte ich dir was sagen? Man kann Spaß machen. Bruder, man kann Spaß machen. Aber du kannst dich von irgendwelchen Leuten, ne? Seinen Hack, sein Hack wegnehmen. Nur weil er so aussieht. Du gehst... Das, was du meinst, das ist nach der Moral. Das ist nach der Moral. Das ist nicht nach den Gesetzen. Wir leben aber im Gesetzstaat, ja? Tamam, das ist was anderes. Aber Bruder, du hast doch verstanden, was ich meine. Ich meine das nicht böse. Ich verstehe, Bruder. Ich weiß, was du meinst. Ich kenne dir von Herzen, Bruder. Wallah, ischallah. Emre, Emre. Inshallah, verdienst du Millionen, Millionen. Verstehst du, was du meinst? Emre, soll ich dir sagen? Ja. Das, was du meinst, das ist die menschliche Sicht, ja? Das, was du meinst, ist menschliche Sicht. Aber nicht das rechtliche. Verstehst du? Also, das ist meine Meinung, Bruder. Verstehst du? Jeder hat eine andere Meinung. Du kannst, was du machen, was du möchtest. Weil du machst ja nicht mich nach. Du machst Barajullah, verstehst du? Er muss mit dir kennen. Wenn er kennen will, er will er mit dir sein. Guck mal.